Hier ist heute der erste Niederwaldbacher Zweifler-Stammtisch von 5 bis 6 mit der Handkarrenkirche. Zweifeln ist menschlich. Die einen zweifeln, vielleicht gibt's Gott nicht. Die anderen zweifeln, vielleicht gibt's Gott. Darüber kann man schwätzen. Und dazu lade ich ein, heute von 5 bis 6 mit der Handkarrenkirche, wie immer. Es gibt Bier mit und ohne Saft und Schorle, ich bin da. Herzliche Einladung, kommt vorbei, lasst uns einen schwätzen und lasst uns einen trinken.